Heute soll es nochmal um die Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, gehen und insbesondere im Zusammenhang, was jetzt Fotografen und Videografen unter euch interessieren dürfte, im Zusammenhang auf die Anfertigung von Foto- und Videomaterial auf Veranstaltungen, also auch wie Hochzeiten, Festen, Events und so weiter. Und da hatte ich ja einigen von euch geschrieben, dass ich da nochmal so Rückmeldungen für die Community gebe, sobald ich da was Neues gehört habe. Ich bin da kein Experte oder so, ich habe da nur halt mit Leuten gesprochen, die sich hoffentlich damit auskennen. Und ich hatte jetzt heute nochmal die Möglichkeit, mit einem Datenschutzbeauftragten zu sprechen und dabei ist folgende Erkenntnis herausgekommen und das hatte ich vorab auch schon mal gelesen und ich habe es mir jetzt nochmal bestätigen lassen von diesem Datenschutzbeauftragten. Es ist jetzt folgendermaßen für euch als Foto- oder Videograf, wenn ihr irgendwie Bildmaterial anfertigt, Hochzeiten, Veranstaltungen und so weiter. Ich hatte vorab schon gelesen und den Link zu dem Artikel packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, hatte ich gelesen, dass das Bundesinnenministerium in einem FHQ schon klargestellt hat, ganz offiziell, völlig offiziell, Ich zitiere, die Annahme, dass die DSGVO dem Anfertigen von Fotografien entgegenstehe, ist daher unzutreffend. Auch die Veröffentlichung von Fotos sind unter den gleichen Bedingungen wie vorher, also vor der DSGVO, möglich, weil das entscheidende Kunsturhebergesetz unverändert bleibt. Also da trifft an dieser Stelle keine Änderungen ein. Was bedeutet das für euch? Das gleiche wie vorher auch, habe ich mir heute auch nochmal bestätigen lassen und ich hoffe, das stimmt so. Das könnt ihr nochmal unten drunter schreiben. Das ist so, wenn ihr irgendwie eine Veranstaltung habt oder so, Leute darauf hinweisen, dass was angefertigt wird, darauf achten, dass keine Person richtig irgendwie im Vordergrund steht, im Fokus, ganz klar als Hauptmotiv erkennbar ist, sondern dass ihr zum Beispiel in die Masse fotografiert oder so. Also die gleichen Geschichten wie vorher, wenn ihr ganz explizit wirklich Personen im Vordergrund haben wollt, zum Beispiel weil ihr irgendwelche Mitarbeiter von einem Gastronomiebetrieb oder so fotografieren wollt, für spätere Werbemaßnahmen oder für einen Flyer oder was auch immer, lasst euch das schwarz auf weiß unterschreiben. Formular, da gibt es ja auch Vorlagen, dass der Mitarbeiter dann unterschreibt, das von mir angefertigte Video- oder Fotomaterial darf verwendet werden für Webseite, Social Media, Printprodukte wie Flyer und so weiter. Wenn ihr das unterschrieben habt oder unterschrieben bekommen habt, dann könnt ihr das natürlich ganz normal verwenden. Natürlich kann auch da derjenige später seinen Widerspruch gegen einen legen. Da müsste man die Seiten von der Webseite nehmen, die Fotos, Entschuldigung, von der Webseite nehmen. Das ist natürlich so bei Printprodukten, wenn die dann in Umlauf gebracht worden sind, zum Beispiel habt ihr jetzt eine Imagebroschüre und da ist ein Mitarbeiter drauf, der hat zumal, also erstmals sein Einverständnis gegeben und der sagt dann, oh ich möchte das jetzt aber nicht mehr und man hat dann irgendwie 5000 Flyer im Umlauf davon oder so. Das ist dann natürlich Pech erstmal für den Mitarbeiter, das hätte er sich vorher überlegen müssen. Dann wird er halt runtergenommen, wenn wieder welche nachgedruckt werden von Printprodukten, weil das natürlich nicht zumutbar ist, dass dann im Betrieb, weiß ich, manchmal auch höhere Stückzahlen da, 10.000 Imagebroschüren oder so habe ich jetzt mal im schlimmsten Fall vernichtet. Nur weil der eine Mitarbeiter jetzt meinte, er müsste da seine Zusage revidieren. Das geht natürlich nicht und ist natürlich auch nicht praktikabel. Also unterm Strich zusammengefasst, alles ist beim Alten. Fragen und darauf hinweisen ist nie verkehrt. Wenn ihr irgendwo seid, Achtung, wir möchten jetzt hier ein bisschen Fotoaufnahmen machen, Videoaufnahmen machen, sind sie damit einverstanden? Wer nicht, geht jetzt bitte hier einmal aus diesem Bereich raus oder so. Und ansonsten, wenn ihr in die Allgemeinheit fotografiert, was auch für andere Sachen gilt, Kunsturhebergesetz, schaut da mal rein. Es bleibt alles unverändert. Das ist mein letzter Stand. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen so ein bisschen ermutigen damit und die Angst nehmen. Und wenn jemand noch was Genaueres dazu weiß oder sogar Profi ist, weil ich bin kein Profi in Sachen Rechtsangelegenheiten, und dann einfach mal unten drunter schreiben. Ich denke, das hilft allen und da können wir auch alle nur voneinander profitieren. Wenn andere Leute da auch nochmal ihre Erkenntnisse zu teilen. Und ja, das war's.